Und die vierte Ziehung vom Random-Number-Generator. Mal gucken, was wir diesmal haben. 25. Ich bin echt nur in den 20ern, ne? Okay. So, hallo zum vierten Spiel. Und zwar Mario Bros. Und ja, es soll zehn Level schaffen. Ich habe ja geschrieben, dass die Level nummeriert sind. Demzufolge sind diese Phasen. Und ja, ich muss halt... ...Phase 10 schaffen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil das Spiel recht langsam ist. So, das war Level 1. So. Ich habe extra zehn Level gewählt, weil es halt... ...in gewissermaßen nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ist. So, das war Level 2. So, Level 3 ist Zeit-basiert, aber nicht so, dass man halt praktisch sagen muss... ...man kann es nur in einer bestimmten Zeit schaffen. Nein, man muss einfach bloß in einer bestimmten Zeit alle Münzen einsammeln. Und das ist gut machbar. Und selbst wenn man es nicht schafft, hat man die nächste Phase erreicht. Es gibt halt bloß keinen Bonus dann. So, Phase 4. Level 4. Noch geht's. Aber... ...es wird noch anstrengender. Gut. Level 5. Oh, ich habe ein Level... ...Leben gekriegt. Durch Punkte. Das war's noch nicht. Da kommt noch was. Sogar noch mehr... ...der letzte Gegner ist immer schneller, wenn man ihn nicht schon betäubt hat vorher. Äh... ...natürlich kommt jetzt schon das erste... ...die ersten Feuer... ...die kommen immer nach einer Zeit im Level. Phase 6. Aber jetzt gibt es noch neue Gegner. Diese Fliegen. Die sind schon deutlich nerviger zu besiegen, weil die halt... ...ohin runterspringen. Man kann sie natürlich nur treffen, wenn sie gerade auf dem Boden sind. Und tja. Das liebe ich ja total. Die blöde Fliege ist schon deutlich schneller geworden. Hä? Ist es noch nicht die letzte? Aha, super. Ich weiß nicht, ob das nicht die letzte ist. Es kommen auch schon... ...hä doch, es war die letzte. Wieso ist die nicht schneller geworden? Also schneller als es direkt aufstehen schon. Ach egal, scheiß drauf. Du wißt hoffentlich, was ich meine. Oh, das war sch... Das war knapp. Und gleich zwei Leben verloren. Na super. Jetzt muss ich mich auch noch vorsehen. Jetzt kommen wir gleich die Feuerbälle wieder. Natürlich. Hm. Von allen möglichen Stellen, wo die Feuerbälle gerade lang gehen konnten. Musste das jetzt echt sein? Gut. Komm. Jetzt schnell. Gut, Level 7 geschafft. Noch zwei. Äh, drei. Nein. Ich schaff's wieder nicht, ne? Ja. Wieder nicht geschafft. Egal. So, Level 9. Zwei Level noch. Nein. Oh. Huh. Ach, scheiße. Jetzt kurz Eis. Und ich wollte zu langsam, um das Eis aufzuhalten. Huh, huh, huh. Nervt nicht. Oh, Level 10. Let's just level. Let's just level. Äh. Die konnte ich nicht aufhalten. Die scheiß Fliege wollte ich wenigstens erstmal loswerden. So. Natürlich ist jetzt, äh, der schneller geworden. Aber das war auch nichts, ich hab's geschafft. Gut.